hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von my time at porsche wir haben bambus papaya bekommen das ist lieb mein schatz wir beide sollten davonlaufen zusammen tolle abenteuer leben alles klar ich gehe zur arbeit aber es ist eine gute idee und es gibt natürlich noch der obligatorische guten morgen kuss was sein muss muss sein so viel zeit brauchen wir zurück tschuldigung hallo pinky einmal miau haben gestern gar nicht hallo gesagt dadurch dass man direkt fotografiert haben fotos session was passiert jetzt von dr zu ein paar kräuter übriger seiter medizin für uns gemacht das ist lieb muss gerade mal gucken was das war nehmen natürlich trotzdem holz mit ich brauche noch titanium und ich weiß nicht wo ich es her kriegt so das alte flugzeug ist weg dafür ist der jetzt da hallo dr zu so erinnere dich an den rat des arztes halte dich von scharfen essen fern und treib regelmäßig sport du magst doch das unkraut hier oder magst du sowas vielleicht hält sich in grenzen denn mitglied der ratswächter hallöchen ich bin denn ja das ist mein richtiger name wer ist noch mit dir gekommen das waren doch noch mehr so magst du kokosnuss kein interesse an kokosnuss kaufst du kokosnuss welches kleidungsstück und gar keins auch keine kokosnuss du vermutlich auch nicht nein war ja eigentlich auch logisch hi alice hello oh entschuldige ich war etwas in meinen gedanken versunken so etwas süßes für die süße sie mag nämlich honig aber nicht den sondern lieber den anderen gut ein uhr märchen ich habe an der universität viel zu tun ich freue mich hier freiwillig zu arbeiten das ist mal geht um meine aufgabe kriegsen saft und wir können neuen auftrag holen stimmt gucken wir mal was wir noch fertigen können so er hätte gerne vier aluplatten drei wasserdichte lampen zwei stahlrahmen da kriegen wir am meisten und die vier aluplatten haben wir vor allen dingen muss ich nur gerade holen muss ich nur gerade holen oh hi sam was machst du da so unsere familie hat lucien verlassen um sich in porsche niederzulassen ich arbeite hart um der ziviltruppe beizutreten und meine familie zu beschützen jetzt haben sie sich in porsche niedergelassen habe ich noch blümchen so was machst du da so da glitzert was muss gerade mal hier rein materiallager so vier die brauchen wir der rest kann eigentlich ich habe doch hier wieder alles hier kann ich nicht automatisch sortieren das muss ich manuell einlagern nein die blumen doch nicht die natürlich nicht so da müssen wir die andere maschinerie auch noch mal bei gelegenheit holen das müssen wir auch noch aber jetzt machen wir erstmal den hier fertig nehmen noch mal kurz die mir das direkt hier sehr gut so einmal handelsauftrag tolle arbeit bist du ein sehr zuverlässiger handwerker so hey wie kann jemand jemand das mentaler zustand seine physische existenz beeinflussen tut mir leid ich war abgelenkt wenn du eine verletzung hast komm du zur klinik so kriegst blümchen holz nehmen wir gerade mal mit holz geht immer so das haben wir auch noch wo kriegen wir titan her und das ist immer noch so die große frage muss wahrscheinlich mal ich weiß nicht ob mir da noch einfach irgendwas fehlt irgendwie noch weil ich habe jetzt keine ruine gefunden wo wir das herkriegen könnten aber vielleicht muss ich einfach in die eine dings noch tiefer das kann natürlich sein dass ich bei der in der wüste noch tiefer rein muss hm oh und wir können unsere dings abgeben stimmt fahren wir mal hier hin dass wir da die töfte faltestelle los werden das ist schon mal kein fehler da hoch da hoch da müssen wir hin holz kriegen wir hier auch und lava stein so lava stein ist auch kein fehler opa was bist du pappel ne ne purpurnes harz da weiß ich auch noch nicht wofür wir das brauchen so davon brauchen wir auch ganz ordentlich aber das ist schön dass das jetzt alles dann automatisch funktioniert wir haben den rohstoff und der gießt oder macht das metall sägt es in stücke oder macht die rohre draus so wie ihr es halt gerade braucht finde ich eine tolle lösung finde ich eine richtig tolle lösung muss ich ganz ehrlich sagen wir müssen halt nur noch gucken dass genug im lager ist und ich muss dann mal meine ganzen schmelzöfen da noch einstellen dass die alle darüber versorgt werden können wobei ein teil können wir vielleicht auch draußen lassen oder wir müssen halt die gegenstände vorputet auch den brückenkopf habe ich jetzt immer noch nicht verkauft ne ich hole nuss wollte ich doch naja gucken wir das muss gleich noch machen dann machen wir jetzt als erstes sei die montage und fahren dann gleich zum verkaufsladen zurück so einmal abholen bitte da fahren wir hin da fahren wir hin Merci so dann kann ich jetzt nämlich noch verkaufen Brückenkopf auf jawoll so 2000 haben wir schon wieder verdient ist jetzt nicht die welt aber es ist okay da ist das große lama das sind lamas okay nicht das große aber es sind lamas holz nehmen wir auch gleich mit hoppala ja ihr seid schon wieder da das ging aber schnell schnell wieder gespawnt ey lass meinen jack in ruhe alles gut vielleicht könnte ich mir etwas geld verdienen indem ich ein paar aufgaben in der stadt erledige so kriegst du den saft ich hab dich gerade gerettet junge so vor der frau marienkäfer ach so wir haben keine keine energie mehr gut so ich wollte gerade ob ich dich hier nehmen wir gerade mal nehmen wir gerade mal ach so ins Inventar ins Inventar ins Inventar besonderer Gegenstand so so da drüben ist etwas fertig kann ich auch ernten sehr gut das nicht da muss ich mal kurz rein weil wir die maschinen Ellis noch abstellen müssen die maschinen so einmal zweimal ach so eine 2 ja genau jeweils zwei so maschine maschine und so da wollte ich nicht hin da wollte ich holz holz harz sand das kann da alles rein die brauchen wir die kommen da nicht rein da war sie noch nicht für was wir sie eventuell brauchen können da dann allerdings hals kette kann man noch machen so schmuck korallen ne kristall wollte die eine glaube ich glaube ich so stahl hüllen können wir auch nicht da können wir schon mal hier hin tun dahin tun so da brauchen wir sie nämlich je nachdem dann sind die nämlich schon fertig und wir brauchen sie nicht extra noch machen machen lassen so gehen wir erstmal zu bett ich sage danke fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen ist ja das nächste mal wieder mit dabei das stellen wir noch mal ein bisschen weiter hier in diesem sinne tschüss bis zum nächsten mal